So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börser gemeinsam mit XTB. Heute ist Donnerstag, der 28. September 2023 und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, ist der Boden drin? Tja, das ist die Frage. Wir haben gestern nochmal bearish Action gesehen in den US-Märkten. Der eine oder andere hat es vielleicht verfolgt. S&P 500, Nasdaq 100 unter Druck gewesen, gleich von der Eröffnung weg und dann plötzlich, in Anführungsstrichen, ab so roundabout 19 Uhr, 1920 ungefähr, kamen Käufer rein, deutlich ausmachbar auf dem Tape und haben zu einer scharfen Gegenbewegung geführt, die uns in Richtung der Tageshochs bzw. in Richtung der Eröffnung geführt haben. Wir haben keinen substanziellen Close drüber zu sehen bekommen, aber zumindestens mal die Reaktion. Das ist dann deutlich ausmachbar und was uns jetzt interessiert als Trader ist natürlich an dieser Stelle, was müssen wir zu sehen bekommen, damit sich diese Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt und wann, kann man sagen, ist diese Aufwärtsbewegung, dieser Gegenbewegungsversuch als Scheitern einzuordnen. Darauf werden wir gleich in den folgenden Minuten einen Blick werfen. Darüber hinausgehend, sei vielleicht ganz kurz gesagt an dieser Stelle, ich hatte gestern auf Gold bzw. in Eurozahler geschaut, Gold gebrochen unter 1900 und konnte nicht halten. Der US-Dollar weiter stark nachgefragt in den Quartalschluss hinein. Eindruck, der da entsteht, ist, dass die Marktteilnehmer hier jetzt den Worten wirklich Folge leisten, die die Fed letzte Woche Mittwoch auf den Weg gebracht hat, nämlich, dass man sagt, wir sind höher für länger. Also das heißt, der Leitzins verweilt höher als bis dato angenommen, was dazu führt, dass es Kapitalzugszüge in den US-Dollar gibt, infolge derer man sich die hohen Zinsniveaus versucht zu sichern. Jetzt nochmal, zwecks Reallokation der Portfolios oder dergleichen, beispielsweise seitens Portfolio-Manager. Und da kommt dann eben etwas zum Tragen, was man gemeinhin im Devisemarkt grundsätzlich sehr häufig beobachten kann, dass die sehr, sehr trendstabil laufen. Aber, jetzt das große Aber bei dieser Sache, das wird sich nicht einfach so fortschreiben. Also zumindestens mal gehe ich davon aus, dass die Vergangenheit sich diesmal reimen wird. Das heißt, früher oder später, diese aktuelle US-Dollar-Stärke wird zu einem Bounce führen, der früher oder später stattfindet. Also CRV-technisch wird es zunehmend unattraktiv, den US-Dollar long zu sein, auch goldshort zu sein. Ein Bounce ist denkbar. Die Frage, die sich dann stellt, ist, bis wo könnte ein Bounce laufen? Aber das nochmal aufgreifend zu gestern, zu dem Vortrag. Heute, wie gesagt, blicken wir auf den Nasdaq, auf den S&P, auf den DAX vielleicht auch. Aber bevor wir ganz offiziell starten, der Blick auf den Risikohinweis. Die Vision CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil. Und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xtb.com slash de kostenlos eine Demo herunter. Test den Handel risikofrei. Schauen wir, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risikohinweis, findet ihr auf xtb.com slash de. Darüber hinausgehend, bitte nichts im Folgenden hier meinerseits als Anlageempfehlung missverstehen. Das handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos stellen. Aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails von xtb. Falls ihr Kontakt aufnehmen wollt, Fragen habt zur Plattform, zur Kontoeröffnung und sonst dergleichen. Zu xtb.com ganz kurz als Broker. Bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die wir dazu geführt haben, hier einmal in der Mitte aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation, in die wir just jetzt genau in diesem Moment einen Blick werfen wollen. Und ich habe hier den Chart schon vorbereitet. Chart aus dem Event, live mit den xtb-Kunden. Wer Interesse hat, dem ein bisschen früher zu folgen, hier an dieser Stelle und auch ausgeprägter zu folgen, der schaut gerne auf der xtb-Webseite vorbei, registriert sich dort für das Event. Diesen Graph oder diesen Charts wollen wir an dieser Stelle natürlich jetzt mal kurz aufgreifen und die Price Action entsprechend einordnen. Man kann schon ein bisschen absehen, in welche Richtung es geht. Wir haben hier einmal den Nasdaq 100 an dieser Stelle. Bild sehr, sehr ähnlich im S&P, beziehungsweise auch im DAX sehr, sehr ähnlich. Ich persönlich präferiere in meinem Trading, weil ich einfach ein dynamischeres Marktumfeld vorfinde, im Tag-Bereich, bevorzuge einfach den Nasdaq. Ich bin da einfach mit Beta, High-Beta-Stocks, fahre ich eigentlich relativ gut, ausgehend von meinem Momentum-Trading-Ansatz, deswegen der Fokus meinerseits auf den Nasdaq. Der eine oder andere sagt, das ist eher ein bisschen zu schnell für mich. Nehme ich lieber den S&P oder nehme den DAX und Pult, da muss man auch ein bisschen schmunzeln, Stichwort schnell oder ein bisschen überspritzende Bewegung, sowohl Ober- als auch Unterseite. Okay, also das ist der Grund, weswegen wir uns den Nasdaq hier ganz besonders betrachten wollen. Wir sehen einen sauberen Abwärtstrend, der sich etabliert hat, ausgehend von dem 20. hier, das ist übrigens ein 5-Minuten-Chart an dieser Stelle, ab der vergangenen Woche Mittwoch mit der FED-Leitzinsentscheidung, der Anpassung des Dotplots innerhalb der Economic Projections für 2024 auf der Oberseite, wo man jetzt in der Mehrheit der stimmberechtigten FED-Mitglieder ein Leitzinsniveau von 500 bis 525 Basispunkten sieht. Und wir sehen eine entsprechende Dynamik, die sich dann ja in den Abend aufgebaut hat und die sich fortgeschrieben hat. Weitere Bearishness, in Anführungsstrichen grob gesprochen, anziehende hohe Zinsen sind Gift für Aktien, sauberer Abwärtstrend beschleunigte sich noch einmal. Wir haben auch einen Bruch, zu dem wir kommen ja beispielsweise im DAX auf den Blick, mal ganz kurz unter ein Schlüsselniveau. Das war hier diese Support-Region am Montag unterhalb von 15.500 Punkten mit weiterer Abwärtstynamik. Und die wurde fortgeschrieben, eben wie gesagt in den US-Equities. Und jetzt gab es gestern zur Markteröffnung, beziehungsweise dann auch in den folgenden Stunden zunächst einmal, Abgabedruck, saubere Abwärtssequenz, die sich hier etabliert hat ab 15.30 Uhr, fallende hochsfallende Tiefs. Und in dieser Konsolidierung hier, und ganz besonders dann in diesem Move höher, da merkte man plötzlich einen deutlichen Shift im Charakter des Tapes, beziehungsweise man hat deutlich erkennen können, jetzt kommen die Käufer rein. Also das kann man auch nachträglich noch betrachten, wenn man sich das Volumen anschaut beispielsweise. Wir sehen hier in diesem Bereich bereits so einen kleinen Mini-Volumenspike, sehen dann aber besonders in den Cues ein deutlich anziehendes Volumen in diese Gegenbewegung. Das ist relevant, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, warum das eine Rolle spielt. Und nunmehr sind wir dann im Falle des Nasdaqs, hier sind wir gelaufen in Richtung der Tageshochs, leicht drüber gestochen, sahen einen kurzen Pull-In und sind dann relativ stark aus dem Handelstag am uns verabschiedet. Das ist jetzt der Nachthandel, der ist nicht wirklich relevant. Aber was relevant ist, ist an dieser Stelle zum einen die übergeordnete Marktstruktur, fallende hochsfallende Tiefs, saubere Abwärtstrend seit jetzt letzter Woche Mittwoch. Wir wissen, bei einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation unter dem Namen, kennt das vielleicht der eine oder andere, handelt es sich um eine Trendumkehr-Formation. Und diese Trendumkehr-Formation, die wird bestätigt mit einem Bruch über die etablierte Trendlinie, hier gekennzeichnet mit diesen zwei blaufarbenden Linien an dieser Stelle, das ist die sogenannte Nackenlinie. Und was man dann machen kann ist, also die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist mal angenommen, wir sind jetzt long, bis dato warten wir natürlich noch auf den Break, beziehungsweise die US-Markteröffnung, die ist ja erst heute Nachmittag 15.30 Uhr, also da haben wir ja noch rund sechs Stunden, bis es da losgeht. Aber wenn wir die jetzt brechen sollten, wo liege dann ein potenzielles Korrekturziel? Also sollten wir dann wirklich jetzt den Boden erstmal gesehen haben. Und was man dann macht, ist man projiziert, oder man schlägt ein Lot von der Nackenlinie auf die Tiefs, ganz grob erst einmal, und setzt dann entsprechend die Größe hier dieser Formation oben an die Nackenlinie dran und landet ungefähr im Bereich dann um 15.000 Punkte als Ziel. Das ist Punkt 1, wo diese zwei orangefarbenen Linien jetzt hierher kommen, die vertikal da am Chart herausragen. Dann darüber hinaus geht noch die Frage, was ist das für ein orangefarbener Kasten? Wir müssen uns anschauen, wie war die Price Action denn jetzt gestern? Und wir werden feststellen, dass wir ab hier ja offensichtlich einen Shift im Charakter zu sehen bekommen haben. Da sind Käufer reingekommen, das ist auch im Chart ausmachbar. Und das, was mich ganz besonders interessiert jetzt an dieser Stelle, um dann auch eine Idee für den Bias zu bekommen, ist, was wurde für ein durchschnittlicher Preis ab diesem Zeitpunkt seitens des Marktes bezahlt? Also das heißt, wer hier begonnen hat zu kaufen, was hat der auf den Tisch gelegt? Und mit diesem Ankereffekt sind wir sehr häufig konfrontiert in unserem Trading, sogenannte kognitive Verzerrung. Dieser Ankereffekt, der spielt eine ganz wesentliche Rolle, denn wenn wir im Schnitt sagen, dass dieser Preis, und da kommt diese orangefarbene Kasten ins Spiel, ungefähr in dieser Region lag, also zwischen 14.700 bis 14.750 Punkte, und wir fallen unter 14.700 Punkte, was auch hier interessanterweise mit der charttechnischen Konstellation übrigens korrespondiert, dann liegen diese Marktteilnehmer unter Wasser und haben eine Tendenz zu sagen, okay, es soll es doch noch nicht gewesen sein, wir dampen die Position und ausgehend hiervon kriegen wir Abgabedruck zu sehen, der dann nochmal potenziell die Tiefs aktiviert, eventuell nochmal weitere Abschläge auf den Weg bringt. Aber solange wir drüber handeln, sind diese Marktteilnehmer nicht motiviert, das zu tun. Das bedeutet also, der durchschnittlich bezahlte Preis, der volumengewichtete Durchschnittspreis, der verläuft eben in diesen Gefilden ungefähr, 700, 750, Pi mal Daumen, und wir können sagen, solange wir darüber handeln, und vor allem, wenn wir dann über 14.800, 820 brechen und halten können, haben wir long unseren Vorteil, der Boden ist dann wahrscheinlich auch drin, in den Quartalsschluss jetzt hinein, in den Wochenschluss hinein, und wir sollten eher mit einem Bounce, ein bisschen Gefilde um roundabout 15.000 Punkte eben rechnen. Und so, das ist im übertragenen Sinne das, wie das Bild sich aktuell darstellt, im Nasdaq, bezogen auf den Nasdaq. Ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht einen kurzen Flasch zur Markteröffnung, kurz in diese Tiefs gibt, mal kurz ein bisschen am Baum schütteln, mal gucken, wie viele Pflaumen hängen bleiben, und dann kommen die Käufer wieder rein und treiben uns höher. Also, das ist nicht gesagt, anders formuliert, sich einfach pauschal jetzt long zu positionieren, in Erwartung der Markteröffnung an der Wall Street, stopp unter und sagen, dann schauen wir einfach mal, ist eventuell nicht die ganz richtige Herangehensweise oder die beste Herangehensweise. Das Risiko, dass wir hier kurz rausgestochen werden, besteht auch vielleicht durch europäischen Indizes, durch den DAX beispielsweise. Die Schwierigkeiten haben hier, im Falle des DAX, diese sich nach unten jetzt beschleunigte Abwärtstrendlinie zu brechen, die übrigens dann den Weg freimachen würde, auch hier für den Bounce in Richtung der Ausbruchregion von Montag um 15.500, 15.600 Punkte eventuell. Harren wir mal der Dinge, die da kommen. Auf jeden Fall würde ich im Hinblick, wie gesagt, auf den Nasdaq sagen, das ist hier für heute die Schlüsselregion, grob gesprochen 14.700. Solange wir darüber handeln, sind die Markternehmer in Anführungsstrichen, die gestern hier gechased, gekauft haben, sind die auf der richtigen Seite, mit dem Kopf über Wasser, sobald wir drunter gedrückt werden, könnte es nochmal unbequem werden. Und wie gesagt, nehmen wir die Widerstände von gestern raus, Bounce Richtung 15.000 denkbar. Also, die kommenden Stunden werden definitiv spannend sein. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf, wir hören uns dann morgen wieder hier an dieser Stelle zum Guten Morgen Börse, gemeinsam mit XDB. Ich freue mich drauf. Bis dann. Und tschüss.